Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Blazing Angels mit mir im Partialen LP. Wir starten rein. Hier gibt es einen kurzen Cut zum Video. Und da sind wir in der Luft mit den Harrycams, oder? Ich hoffe, die Parts sind auch nicht zu laut. Ansonsten, im nächsten Video, wird das alles wieder passen. Okay. Die Brücke verteidigen, der Klassiker. Aber das machen wir natürlich direkt. Ah, das sind die Stukas durchgekommen. Stürze schon ab. Ich habe noch welche. Von der Seite, wie eine Cobra zu gebissen. Oh, da müssen wir einmal wenden. Damit wir uns hinter hinsetzen. Und er hat Schnapple in uns. So soll das immer laufen. Jetzt kommen die Bomben dran. Ach, ich kann hier jetzt zwei Bomben auf einmal werfen. Alter. Richtig zu überhaupt. Aber da muss ich ein bisschen immer hin und her fliegen. Ah, das ist nur noch einer. Oh, das ist ein guter Start. Let's come around for another pass. Someone help me out here. We've got another German column advancing from the west. Let's hit them hard. Oh, Gott. Das ist das Harte an Blazing Angels. Jetzt passiert so viel Bullshit. Also wenn das nicht Weltklasse war. Wie tief wir hier geflogen sind, nur um die Panzer hier auszuschalten. Einer ist noch da. Der German Pilot, der hat da seine Probleme. Oh Gott, da sind ja noch welche. Ja, 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 macht mir da keinen Stress hier. Macht mir da keinen Stress. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da hat er sich schon versteckt. Okay, die sind mal zerstört. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ah, nicht die Bombe jetzt fallen lassen, mein Freund. Und der nächste Klassiker. Bomben, äh, Punkten zerstören. So. Was? Lass mich doch nicht so beschimpfen. Oh, nein, mehr von ihnen. Und das zeigt, wie wir in Deutschland fliegen. Wir waren auf dem Brot. Der Brot geht runter. Okay. Das haben wir jetzt wieder Flugzeuge zerstören. Oh, der ist nicht schlecht. Bei Steuerung ist richtig wässlich. Die selber. Die selber, mein Freund. Alter, ich komme dem auch nicht hinterher gerade. Jetzt aber. Jetzt haben wir uns beide hinter ihm gesetzt. Huhuhu hält der viel aus. Was haben die denn da verbaut? Ich hoffe, ich bin mir selbst. Jetzt ist er auf einmal hinter mir. Und er macht einen Sturz. Oh Gott. Das Spiel wird ja noch so schwierig, das zeigt euch. Aber wie oft ich ihn schon getroffen habe. Alter. Wie soll ich denn weg? Ich bin da auch gar nicht mehr weggekommen. Er ist auch die ganze Zeit hinter mir. Alter, ist das hart. Ist das hart. Ich bin da. 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 Alter. Tag endlich endlich ist das schwierig aber wir sind wie ein ace geflogen wir sehen uns gleich im Menü meine Freunde und da sind wir wieder und wir sehen uns dann im nächsten Part auch bei der Evakuation Evakuierung so boah Evakuierung in Deutsch von Dunkirk, ich sag wie immer Danke fürs Zusehen, euer PartianLP Tschü Leute